Nach heftiger Kritik wegen mutmaßlich rassistischer Äußerungen hat der Tübinger Oberbürgermeister Boris Palmer eine Auszeit angekündigt und seinen Austritt aus der Partei Die Grünen mit sofortiger Wirkung erklärt. Ihm sei klar, dass es so nicht weitergehe, zitierte der SWR aus einer persönlichen Erklärung Palmers. Er könne seiner Familie, seinen Freunden und Unterstützern, der Tübinger Stadtverwaltung, dem Gemeinderat und der Stadtgesellschaft, die wiederkehrenden Stürme der Empörung um seine Person nicht mehr zumuten, hieß es weiter. Der Tübinger Oberbürgermeister hatte zuletzt im Umfeld einer Veranstaltung zum Thema Migration an der Goethe-Universität in Frankfurt am Main mit kontroversen Äußerungen erneut Empörung ausgelöst. Die Universität verlangte von Palmer eine Entschuldigung. Die Grünen-Spitze begrüßte den Parteiaustritt Palmers und nannte ihn folgerichtig. Die Grünen-Spitze extert hat den Ge sodass Germany zu these pains mit unteren Leuten,